Guten Tag und ich spiele Bulli, die Ehrenrunde oder Scholarship Edition. Ich lasse jetzt erstmal das intere auslaufen, dann erkläre ich mir zu dem Spiel. Ich bin geistig behindert übrigens und sitze im Rollstuhl. Deswegen könnte es sein, dass ich mich während der Aufnahme eventuell einkote. Sex! Sex mit dieser Ruhre! Ich würde gerne dieser netten Dame die Nippel abschneiden und auf mein Schulbrot schmieren. Wenn ich ehrlich bin, klar Sachen, Bruders. So, ich glaube jetzt sind wir... Ah, jetzt, wir können schon rumlaufen, alles klar. Ich stelle mal meine Flasche weg. So, okay. Ich kann jetzt hier schon rumlaufen und die kaputt schlagen. Oh, ui, 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 ui. Okay, das fängt ja schon mal super an. Aber egal, die sind eh langsamer als ich. Ich könnte die jetzt allerdings auch verprügeln. Aber ich glaube, ich gehe jetzt einfach hier rein. Äh, ja, das ist halt, äh, von Rockstar Games, das ist so ein ähnliches Spiel wie, äh, Sex in der Schule. Nein, das ist so ein ähnliches Spiel wie GTA, San Andreas, eigentlich alles mögliche. Und es geht halt einfach nur darum, dass es in der Schule spielt und dass wir hier allen wirklichen Scheiß anstellen können. Zum Beispiel können wir den einfach verprügeln, den Hurensohn, und dann können wir hier reingehen. Wir gehen einfach weg und die rennen auf mich zu. Und, oh, ich liebe diese Cutscene-Scheiße, mit der wir einfach alles verbankern können. Sex mit, äh, Max Adlers und Shoutout an Lycas Girl übrigens an dieser Stelle. Ja, sehr unangenehm, dieser Junge! Ja, sehr unangenehm, dieser Junge! Ich glaube, lesen könnt ihr übrigens alleine. Das muss ich euch, glaube ich, nicht irgendwie übersetzen und vorlesen. Ich gehe davon aus, dass meine Zuschauer, die nicht vorhanden sind, eventuell nicht so geistig behindert sind wie ich. Miss Danvers, are you back yet? Ja, der hat mich vorhin noch gejagt. Die Hure. Sieht so aus, als hätte die gute Dame sich in dieser Schule als Lehrkraft eventuell hochgefögelt. Eventuell. Ich möchte dieser netten Frau ja nichts unterstellen, aber das ist schon in Betracht zu ziehen, meine Wunden. So! Oh, die Fette, mhm. Ich komme. Hart. Ich hoffe, die Fette kann man später noch knallen, Alter. Da hab ich voll Bock drauf. Und der alte Kripp, der denkt, dass er mich kann? Wir werden sehen, mein Freund. Ich gebe nur Menschen nur, was sie haben, um ihnen zu kommen. Du bist so schön, Junge. Ruhig jetzt, Junge. Deine Drecks, Oma, du Hure. So. Ich werde mich jetzt hinausbegeben bei einer... Das Spiel ist übrigens auf 30 Frames per Second festgelegt. Insofern... Lach mich doch nicht aus! Oder meint die den Fetten? Den Fetten, den kann ich auch mal schlagen hier, du! Jajajaja, okay. Ich glaube, ich muss raus. Werde gerade vielleicht eventuell gesucht, weil ich den Fetzer geschlagen habe. Aber das ist schon ganz okay. So, ja. Hier, du hast da oben eine... Ja, okay. Hier, können wir mal Weltkarte angucken. Aber brauchen wir jetzt aber nicht. Wir gehen nämlich jetzt erstmal in unser schönes Boys Dorm. Jugendschlafzimmer für Jungs. Und werden dort eventuell vergewaltigt. Das weiß ich allerdings. Ach so, das war die Szene, ja. Jajajaja. Ihr und mich vermöbeln. Ah, okay. Ach, jetzt muss ich das alles nochmal neu durchmachen, alter. Äh, mit R packen. Ja, nice, alter. Ah, jetzt kann ich den mit R nochmal schnappen. Achja, die ganzen, äh... Äh, 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 äh. Äh, man, man kann später noch verschiedene andere Kämpf, Kampfgriffe... Ha, ha, voll abgelegter Hurensohn. Äh, später noch andere, äh, Kampftechniken erlernen, wenn man zum Beispiel irgendwelchen Pen an Autobatterien bringt. In ihrem echten Leben halt. In ihrem echten Leben halt. Dieser miese Hurensohn. Ich lecke mich einfach. Weil ich noch keine bekommen habe. Immer die Schwarzen. No, no racist und so, ne. Hier, ich trinke auch schwarze Cola. Ich bin nicht rassistisch. Mh. Feinste Haaren. Äh, der Boy... Hey, you're the new kid. Yeah, what's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easier, they put you on medication. They did to me. Boy, you're really sick me insane. That's fascinating. Now if you excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me tough guy. You just arrived at the tough little toucher. I'm a friend to be your friend. Ich hab das bis Kapitel 2 oder so schon mal gespielt. So, it's up to you. You gonna play nice, or what? Yeah, sure. Ich empfehle euch allerdings nicht die PC-Version. Äh, ich hab hier irgendwie noch ne Playstation 2-Version rumliegen. Allerdings hab ich meine Playstation 2 nicht mehr, weil die kaputt ist. Jetzt verpiss dich doch mal, du Stück Scheiße, alter. Äh. Ich hab hier allerdings noch ne PS2 und das Spiel rumliegen. Allerdings funktioniert die PS2 nicht mehr so ganz. äh, ganz genauso wie die Memory Card. Insofern muss ich das leider jetzt über den, äh, Computer aufnehmen. So. Ich hab allerdings jetzt keine Ahnung, was wir machen müssen. Hier ist das, äh, äh, gelbe Kreuz oben auf der Karte und da müssen wir jetzt hinlaufen und, äh, deswegen GTA die Missionen annehmen. Äh. Das ist übrigens meine Großmutter. Scheiße. Nein! 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 Du Hurensohn! Verpiss dich! Oh Mann, jetzt muss ich den fertig machen, sag ich auch, wenn du so auf, alter. Geht doch. Tot. Äh. Oh, ja, die Kameraansicht ist natürlich auch wieder klasse. Ach, da! Da steht der, der miese Wichser. Was muss ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss ein Getränk kaufen. Ja, so war das. Habe ich allerdings nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich hätte das lesen müssen. Oh, Sex mit Uniformen. Oh! Ich bin ein sehr professioneller, äh, Spieleaufnehmer und, äh, hole mir nicht die Rechte daran, äh, ein, diese Spiele aufzunehmen und auf, äh, YouTube zu veröffentlichen. Es gibt so auch schon 500.000 Let's Plays von diesem Scheißspiel und niemand wird sich die Scheiße ansehen, die ich hier gerade labere, aber, naja, egal. Äh, okay, hier anziehen und, äh, dann würde ich sagen, ich fiste mich selbst ins Arschloch. Ich glaube, das geht in dem Spiel allerdings leider nicht. Hey, how you doing? You must be the new kid. I'm Pete, Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here five minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Das ist ja schon richtig heftig eigentlich, aber ich finde es schon ziemlich cool. Ist auf jeden Fall ne coole Idee. Man, äh, muss auch später den Unterricht versuchen und sowas. Und ich rät jetzt einfach die Katzen rein, weil es sowieso keiner interessiert. Aber, äh, wird man schon noch sehen. Nö, meine, äh, lieben Hurensöhnen. Und heimlich fixst du den in den Arsch, du Hurensohn. Entschuldigung. Darüber werde ich jetzt eine Fan-Fig zuschreiben. Ja, okay, ähm, ein bisschen witzig finde ich den Kerl ja schon, ne? Ja, der war ich in der Homo. Du kannst auch einfach mal, äh, ja okay, das sei jetzt nicht, das wäre jetzt, da müsste ich wieder in der Homo dazu sagen. Okay, äh, hier. Oh, Russell im Loch! Oh! Oh, scheiße, Alter. Okay, äh, ich nehme mal Spielstand 2, den anderen spiele ich... Privat, eventuell. Äh, starten, speichern, ja. Klar Sachen, Bruder. Okay. Äh, und jetzt, hier oben sieht man die Sterne, zu denen kann man hinlaufen. Ja, seht ihr auch jetzt hier, brauche ich eigentlich gar nichts zu erklären, könnt ihr eh lesen, wenn ihr lesen könnt. Falls ihr mir überhaupt jemand zuschaut, weiß ich das noch nicht. Äh, erwähnt. Äh, 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 meine Grünen. So, entweder wir machen jetzt eine Mission, oder ich verprügeln ein paar Streber. Zum Beispiel den Fetten da, der Fette, der wird jetzt... Oh nein, nicht das Mädchen. Oh, jetzt hab ich... Ich hab das Mädchen geschlagen! Lasst mich in Ruhe! Nein! Nein! Nicht fassen! Nicht fassen! Lasst mich! Oh, leck. Die schießen mich. Die schießen mich ab. Ich schwör's. Die kriegen mich! Ich steh halt drauf, kleine Mädchen zu schlagen. Ich kann da nix für. Ich muss das machen. Das ist in meinem Kopf verankert. Was? Ich wollte eigentlich die Fette so raus schlagen, aber die ist jetzt weggerannt. Fuuuuh. Schade, ne? Keinen Fetten schlagen heute für mich. Da ist der Fette, oder? Ne, das ist ein anderer Fettsack. Wieso laufen hier so viele Fette rum? Ich will den Fetten schlagen. Den Fetten, den wollte ich schlagen, du Hurensohn! Okay, geht der. Nein, 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 nein. Er hat's gesehen, nein. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 der Lehrer. Sex mit Lehrern. Okay. Da läuft er wieder, der Fettsack. Oh, komm. Ich schlag dich kaputt. Ich schlag dich kaputt, du Hund! Okay, dann halt nicht. Boah, wieso laufen die mir denn hinterher und wollen mich schlagen? Ich bin doch ein ganz netter Junge und schlag einfach nur dicke Kinder. Wie jeder normale Mensch. Ah, okay, ich hab schon eine Mission angenommen. Ich nehm jetzt schon wieder viel zu lange auf, Alter. Ich schwimme schon wieder zwei Folgen. Haha, hat den Fetten hochgeschlagen, sehr gut. Den mag ich, der ist okay. Sex mit diesem Mensch. Ich kann mich versuchen zu entschuldigen oder ich kann ihm einfach die Kotze aus seinem Bauch hinaus prügeln. Allerdings endet das meistens nicht so gut. Deswegen muss ich dem Geld geben, damit er mich in Ruhe lässt. Das blöde Schwein. Voll die Klatze poliert. Hm, feinste Wurst. Jetzt muss ich glaube ich noch einen Spind öffnen. Ja, alles macht nur halt er. Hallo? Hallo? Ich will doch nur er drücken. Dieses Spiel ist sehr gut, sehr gut programmiert. Super, alles klar, Alter. Boah, ihr seid scheißbehindert. Hallo? Geht doch, meine Fresse. Hier muss man eigentlich nichts machen, außer behindert mit der Maus hin und her zu kacken. Da steht zwar langsam hin und her, aber ich probel einfach immer die Maus. Wie meine hart, erikierten Kock. Und, äh, ach so. Ja, nice. Jetzt kann ich mich verstecken. Hartes Verstecken in der Schule. Nice Kockssacken. Ja, jetzt kann ich mich hier in den Mülleimer hinein verziehen. Und warten, bis die Ärgeranzeige weg ist. Ich kann jetzt hier hinaussteigen, aber ich rieche eben gerne nur nach Müll. Und deswegen bleibe ich hier drin sitzen. Nein, Spaß. Natürlich gehe ich raus. Ich habe nur gerade was getrunken, deswegen geht das nicht so schnell. Okay. Boah, ich... Eigentlich... Eigentlich finde ich den ja witzig. Ich finde das voll schade, dass der später böse wird. No Spoiler jetzt und so, aber... Man muss den später, glaube ich, anal penetrieren, soweit ich das, äh, urteilen kann. Oh, Mann! Haha, die fette Nutte! No Front übrigens. Kann ich die auch einfach schlagen? Natürlich nicht, Alter. Wie scheiße. Oh mein Gott! 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 So eine fette Sau, Alter. Ach ja, stimmt. Jetzt muss ich da hinten wieder hinrennen und, äh, der fetten Hure ihre Schokolade zurückklauen. Sonst werde ich, äh, anal gefistet von dieser Dame. Also, ins Jungs-Klo. Der Kerl da verprügeln. Du Hurenkind! Verpiss dich und gib mir deine scheiß behinderten Hurenkind. So. Alles klar, zurücklaufen. Sex mit diesem Mensch. Achso, das ist scary. Äh, ja, 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 ja. Feinste Haaren. Du hast dein Ziel vergessen. Klasse, Alter. Hä? Achso, hast du dein Ziel? Ja. Okay, ich sollte besser lesen. Ich verwechselte des öfteren Aussagen mit Fragen. Ich hab gedacht, ich hätte jetzt irgendwie die Praline da liegen lassen, aber... Wayne interessiert's! Nee, du fette Hure. Äh! Verpiss dich doch. Ekelhafte. Du alter Babsack! Ja, ja, ja. Alles klar. Gut. Ich glaube... Ja, ich zeige dir. Ah, okay. Der zeigt jetzt noch, wer in der... Ohohoho! Der fette Sack! Der fette Sack am Mond! Okay. Ähm... Geh wieder weg. Ja, 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 ja. So, der zeigt jetzt, wer wer ist. Dann kann ich speichern und dann höre ich mal... Eieieiei, ich sollte nicht so viele Flaschen in meinem Zimmer stapeln. Die Cutscene ruckelt von Anfang an so. Das liegt übrigens nicht an meinem Computer, die ist einfach scheiße geportet. Die... Die leckt auch einfach so. So. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. Also wenn die echt wären, dann würde ich die schon kaputt ficken, wenn ich... Also es ist nur Front und nur Frauenfeindlichkeit, aber... Na? Na? Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look top. I wouldn't advise Messner. At least not me. Yeah. Ach, oder? Schagen sie auch noch. Ja, okay. Die miesen Fickfinger! Ja, 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 so ist das... Mit den Juden. Äh, mit den... Leuten. No Front an Juden jetzt. Na gut. Okay. Ich muss jetzt noch Unterrichten. Ach, dann mach ich's einfach in zwei Parts. Scheiß drauf, Alter. Werd ich halt mitten im Unterricht unter... Mitten im Sex unterbauen. Ja, kann ich jetzt bitte laufen, damit ich wenigstens noch den Unterricht tätigen kann? Mein guter... Guten Tag. Würde ich mal den Unterricht tätigen? Äh, ich darf nicht zu spät kommen, weil sonst werde ich anal gefistet, hab ich das Gefühl. Ach, Chemie. Chemie direkt. Alles klar, jetzt muss ich, äh, W, A, S, D, glaub ich, äh, Aktionen vollziehen. Okay, das ist schon ein witziges Spiel teilweise. Okay, das ist schon ein witziges Spiel teilweise. So, äh, okay, A, A, B, E, A, B, S, D, B, B, A, A, B, S. Wow, Chemie bestanden. Was ein Zufall. Bestimmt nicht, weil ich das schon mal gespielt habe und weiß, was ich drücken muss. Okay, ich habe jetzt Feuerwerkskörper, die kann ich mir in meine anale Öffnung hineinstopfen. Äh, ich werde jetzt erstmal wieder hinaus, äh, spazieren, um, äh, im, äh, hier zu speichern, ne. Ja, 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 alles klar. Äh, gut, dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle schon mal, damit ich, äh, hör doch auf mir hinterher zu rennen, du Uhrensohn. Äh, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle schon mal und hoffe, dass sich irgendjemand das Video oder die Videos reingezogen hat. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe, ich sollte mir mal eine Stoppe auch für so eine Scheiße stellen. Äh, ja, speichern, ja. Und insofern haben wir jetzt, äh, alles erledigt, äh, ich, äh, werde jetzt meine Haustiere penetrieren, äh, bis zum nächsten Part und tschüss.